Lotte Lott, was machst du denn wieder? Du, machst du denn wieder? Lotte Lott? Lotte, nächsten Sonntag sind wir einer mehr. Da kommt dann der Olaf zu dir. Lotte Lott. Du spinnst doch. Du bist ein schlimmes Mädchen. Lotte, du bist ein schlimmes Mädchen. Ja, ja, ja. Hallo, hallo. Lotte, hallo, hallo. Lotte, hallo, hallo. Lotte, hallo. Lotte, hallo, 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 hallo. Ja, nein. Du weißt ganz genau, du darfst das nicht. Das ist so schlimm. Du bist echt schlimm. Colorado. Lotte, sing mal Colorado. Colorado. Au. Nein. Au. Ja, hörst du mal auf? Das ist ja unglaublich, ey. Du sollst lieb sein. Hallo, dort. Wer ist da drin? Lotte, wer ist das? Wer ist denn das? Lotte, wer ist denn das? Lotte, ich glaube, wir müssen Kaffee machen. Jetzt kommt nämlich dann Danita, höre ich gerade. Gell? Also, wir müssen jetzt Kaffee machen. Okay. Du mal was singen, komm. Ui, 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 ui. Ja. Nein. Also, Lotte und ich sagen, bis zum nächsten Mal. Servus. 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 Servus.